Hallo ihr Lieben, grüßt euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wollte mich jetzt nach der Reha einfach mal bei euch wieder melden. Ich war jetzt seit vier Wochen in Bad Kissing in einer Reha-Einrichtung für Orthopädie wegen meinem Wandscheibenvorfall. Muss ich sagen, bin sehr, sehr zufrieden. Die Therapeuten, die waren alle sehr, sehr nett. Haben mich auch sehr gut unterstützt. Hab so wieder ein bisschen Muskelaufbau machen können. Hab jetzt auch die Chance dann danach noch bekommen, ins Tirena-Programm einzusteigen. Da mache ich jetzt zu Hause dann noch so ein bisschen Muskelaufbau. Das ist ganz super, weil ich bin noch beim Krafttraining eigentlich, beim McFit. Aber das werde ich jetzt dann wahrscheinlich kündigen, weil das Tirena geht nämlich auch für ein Jahr ungefähr, kann man es glaube ich. Es geht glaube ich erst ein halbes Jahr und dann muss man es nochmal neu beantragen. Und insgesamt kann man ein Jahr lang das machen und das habe ich jetzt eigentlich auch soweit vor. Ja genau, also direkt in der Reha, muss ich sagen, habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, auch mit den Therapeuten sind schon schön, haben sogar, obwohl es jetzt nur orthopädische Reha-Klinik war, so ein bisschen auch meine Problematik mit dem MS da ein bisschen eingegangen. Genau, haben da dann auch noch ein paar Sachen gemacht. Ich habe Massagen bekommen. Ich habe Fango-Packungen bekommen. Dann habe ich, ja, Physio, Ergo, also da waren so viele Sachen. Muskelaufbau, das war MTT-Training. Also da haben sie auch viel gemacht. Genau, da haben wir noch Aquasport gehabt und so. Also war wirklich sehr, sehr vielfältig. Ja, war sehr, sehr gute Erfahrung. Die Klinik war auch eigentlich unmittelbar gelegen in Bad Kissing. Mal zehn Minuten Fußweg ins Zentrum gehabt. Das war auch ganz schön. Ja, jetzt hat zu meiner MS jetzt nochmal, bin ich Gott sei Dank, muss ich sagen, soweit alles stabil geblieben. Was ich jetzt nur festgestellt habe, was leider das Problem auch in der Reha war, dass ich gleich in der ersten Woche erkältet war. Aber das ist klar, da waren, ich weiß nicht, ungefähr schätzungsweise 150 bis 200 Patienten in der Klinik. Und dann ist es ja logisch, um die Jahreszeit jetzt war ja das Wetter auch immer sehr, sehr schlecht. Auf Deutsch gesagt beschissen. Ja, und da habe ich mich dann gleich erkältet irgendwie. Habe ich dann auch ewig hiermit hingezogen. Besser gesagt, bis jetzt auch immer noch. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Ich habe dann, ja, bestimmt anderthalb Wochen habe ich so mit normalen Mitteln das probiert zu bekämpfen, sage ich jetzt mal. Da war ich in der Apotheke, habe mir halt Erkältungsmittel geholt. Hat aber irgendwie überhaupt nichts gebracht. Dann habe ich mir jetzt dann auch Antibiotika verschreiben lassen. Das war ganz gut. Ja, und jetzt bin ich dann eine Woche zu Hause gewesen. Okay, da habe ich ein bisschen einen Scheiß gebaut. Ich musste mein Auto abgeben und habe dann ein Fahrrad als Leihgabe bekommen, dass ich halt wieder heimfahren konnte. Und da hat es dann so das Pissen angefangen und das Stürmen. Und da habe ich mich wahrscheinlich wieder in den Zug eingefangen irgendwie. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder, liege ich wieder ein bisschen flach. Habe wieder die gleichen Erkältungsanscheinungen. Ja, und muss jetzt leider wieder Antibiotika nehmen. Das ist halt immer ein bisschen blöd, weil das will man ja trotzdem irgendwie ein bisschen vermeiden. Ja, leider lässt sich es irgendwie gerade bei mir nicht, weil es dann irgendwie gleich wieder ein bisschen auf die Lunge geht bei mir. Ja, und habe auch starken Husten und halt alles wieder verschleinend. Natürlich kommen dann die Pollen auch noch so ein bisschen. Da bin ich auch. Ich habe ja auch noch Heuschnupfen und so. Das kommt auch noch mit dazu. Ich habe irgendwie alles. Ja, genau. Das ist ein bisschen komisch. Also das hat mir jetzt so ein bisschen die Frage gestellt. Deswegen wollte ich euch ja mal so ein bisschen fragen, wie das bei euch vielleicht so als MS-Patient ist. Habt ihr da wirklich merklich gemerkt, dass ihr einfach mehr und öfters Erkältungen habt? Oder auch ein bisschen mehr anfälliger dafür seid? Weil früher war das für mich nie ein Problem. Da bin ich mit T-Shirt bei so einem Wetter Fahrrad gefahren. Es hat geregnet. Naja, okay. Wenn es nicht jetzt mega kalt war oder sowas, habe ich da nie einen schnellen Zug bekommen. Aber jetzt hat irgendwie, muss ich glaube ich so ein bisschen mehr auf mich achten. Habe ich so ein bisschen gemerkt. Wäre ganz schön, wenn ihr da mal euch ja auch mal eine Nachricht hinterlässt unten in der Beschreibung. Das wäre ganz gut. Würde mich wirklich mal interessieren. Sonst eigentlich, ich überlege gerade schon die ganze Zeit, was ich noch so ein bisschen erzählen kann. Ja, ich bin wirklich dankbar, dass das jetzt soweit auch mit der Bandscheibe wirklich gut verlaufen ist. Dass ich da jetzt langsam auch wieder Gefühl im rechten Bein wieder habe. Das war ja komplett taub fast. Und das wird jetzt langsam wieder. Genau. Und ich bin jetzt auch guter Dinge, dass ich jetzt dann endlich mal wieder das Arbeiten anfangen kann. Das möchte ich jetzt auch nächsten Monat, dass ich da mal endlich wieder durchstarte. Da dann auch gleich mit Vollzeit wieder, also ohne Wiedereingliederung, weil ich es finanziell jetzt einfach nicht schaffe. Weil es man doch deutlich merkt, wenn man die ganze Zeit im Krankengeld ist. Ich bin ja jetzt schon fast insgesamt fast anderthalb Jahre schon jetzt im Krankengeld gewesen mit MS. Und jetzt Bandscheibe danach noch. Das war jetzt alles so ein bisschen problematisch. Deswegen, ja, jetzt wird es dann mal wieder Zeit zu arbeiten. Ich war ja nur im Februar, habe ich mal einen Monat gearbeitet. Und dann habe ich ja leider jetzt die Bandscheibenerkrankung da jetzt gehabt. Ich war auf Reha, also deswegen, ja, jetzt wird es dann mal wieder Zeit. Das hoffe ich jetzt, dass das alles gut verläuft. Und, ja, genau, so durch das MS habe ich jetzt Gott sei Dank eigentlich keine weiteren Probleme. Dabei, soweit geht es eigentlich. Natürlich habe ich immer noch so meine normalen Wehwehchen, sage ich jetzt mal, mit meiner Sehnerventzündung, halt mit den Kopfschmerzen. Das kriege ich aber jetzt ganz gut ja mit meiner Cannabis-Therapie hin, die ich jetzt mache. Ja, da habe ich jetzt leider nur auch noch ein bisschen, kann ich auch mal ein bisschen Informationen drüber geben. Da habe ich so ein bisschen Probleme jetzt mit der Krankenkasse, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Die hat mir das jetzt auch weggement abgelehnt. Jetzt war ich auch schon beim Widerspruch, ich habe auch mit dem VDK jetzt schon gesprochen. Gott sei Dank habe ich den vorher abgeschlossen. Also nochmal Tipp an euch, wenn ihr das noch nicht habt, VDK ist wirklich sehr, sehr guter. Die helfen euch da, wenn ihr nicht einen Rechtsschutz habt. Wenn ihr wie so einen Rechtsschutz habt, dann könnt ihr das eigentlich auch mit dem Rechtsschutz. Dann habt ihr gleich direkt Kontakt mit dem Rechtsanwalt. Das ist sogar vielleicht noch besser. Aber ja, wir werden sehen, das läuft jetzt leider so weit hin, dass das jetzt wirklich vor Gericht geht. Ich muss jetzt dann Klage einreichen. Das werde ich auch tun, weil ich immer noch der Meinung bin, dass für mich das mit dem Cannabis wesentlich besser tut. Und auch für die Gesundheit einfach, auch für die, ich habe ja wieder bessere Lebensqualität dadurch. Und die wollen halt weggement, tun sie sich rausreden, dass ich halt noch keine Opiate verwendet habe. Weil in der normalen Hergehensweise würde jetzt halt so kommen, dass ich jetzt Opiate nehmen müsste. Genau. Und das möchte ich halt dadurch vermeiden. Das ist ja genau der Grund, warum ich jetzt diese Cannabis-Therapie begonnen habe. Dass ich das ja vermeiden möchte, mein Leben lang, weil ich noch jung bin, auf Opiaten zu sein. Also das möchte ich nicht. Da will ich lieber was Naturmäßiges, wo man sagt, okay, hey, da gibt es noch nicht so viele Nebenwirkungen. Ja, das ist eigentlich so das, was mir jetzt halt eigentlich persönlich noch so im Magen ein bisschen liegt. Ja, da muss ich jetzt leider halt Klage einreichen über mit dem VDK-Mais wahrscheinlich. Weil bei mir das Problem war, dass ich erst danach mir die Rechtsschutzversicherung geholt habe. Deswegen ist das durch meine Rechtsschutzversicherung noch nicht gedeckt. Deswegen bleibt mir jetzt leider nichts anderes übrig, das nur über ein VDK zu machen. Und da bin ich mal gespannt. Wenn ihr da auch was wissen wollt, halt mich auf den Laufenden, schreibt mir einen Kommentar unten rein. Dann kann ich da drüber auch gerne nochmal ein extra, ein separates Video machen. Das ist überhaupt kein Thema, was da dann rausgekommen ist. Genau. Ja. So weit gibt es jetzt eigentlich nichts. Also ich hoffe, dass jetzt meine Erkältung dann jetzt da dann wieder ein bisschen genesen wird. Ja, und ich bin gespannt, was ihr da so sagt. Ob ihr da wirklich auch gemerkt habt, wie ihr dann die Diagnose bekommen habt oder wie ihr wusstet irgendwie, dass ihr MS habt. Dass es da dann einfach, ja, man sagt ja auch, also ich habe jetzt seit dem Google so gelesen und sowas. Man sagt, dass man da schon anfälliger ist. Ja, ich muss sagen, ich merke es jetzt schon, weil ich bin eigentlich sonst, war ich eigentlich normalerweise immer einmal im Jahr krank. Aber eigentlich ganz selten Antibiotika gebraucht, meistens nicht. Ja, und das war es dann. Aber jetzt bin ich ja zweimal hintereinander gleich krank. Aber wie gesagt, Google meinte ja, dass das irgendwie sein kann, dass bei MS halt, dass man da wissentlich halt natürlich die Immun ein bisschen runterreguliert und da natürlich auch anfälliger wird. Ich bin gespannt, ob ihr da wirklich auch merklich halt gemerkt habt, dass da irgendwie was nicht stimmt bei euch, dass ihr da anfälliger seid für Erkrankungen oder, ja, sämtliche Art. Es muss jetzt nicht nur Erkältung sein. Es wäre auch mal interessant, wenn ihr irgendwie, mag ja sein, dass man irgendwelche anderen Erkrankungen dadurch noch bekommen hat. Ja, wäre schön, dass wir uns da ein bisschen austauschen würden. Genau, ich halte euch soweit immer mal ein bisschen auf dem Laufenden, habe ich euch ja auch immer gesagt. Ich hoffe, es hat euch mal wieder ein bisschen gefallen. Lasst gerne ein Like da oder ein Abo, würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch was. Alles Gute. Ciao. Ciao.